Hallo zusammen, wir haben den 27.02.2020. An sich wollte ich nur was aus dem Harz Org Newsletter machen, aber weil es heute Morgen erst mal sehr stark geregnet hat und es dann in Schnee übergegangen ist, natürlich auch noch mal ein bisschen was über das Klima, über die FFF Hüpfer, über diese entarteten Menschen, über diese... Ja, ja, okay. Und ich wollte ja heute auch zur Tafel fahren, war mir aber dann wirklich ein bisschen zu, zu frisch, zu kalt, zu nass und ich hatte auch auf den Reifen meines mir netterweise zur Verfügung gestellten Fahrrades jetzt nicht so ein tolles Profil drauf, dass das dann vielleicht auch mit einem Sturz hätte enden können. Das möchte ich eigentlich nicht. Das heißt, Tafel wird dann kommenden Dienstag in Angriff genommen. Wer den Hauptfirm schauen möchte, tut dies bitte bei VK, tut dies bitte bei BitChut, die den Link bei WitnessTV anklicken. Wisst ihr ja auch, müsst ihr euch den entsprechenden Link in die Browserzeile kopieren, anklicken, dann läuft es, ich empfehle da BitChut, denn da muss man auf keinen Fall Fälle und auf keinen Fall angemeldet sein. Keine Fälle, auf keinen Fall. VK geht aber auch. Okay, dann freue ich mich auf euch jetzt gleich wieder im Hauptfilmchen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.